Herzlichen Glückwunsch, Uli. Danke für dein Engagement. Wir hoffen, dass du noch lange durchhältst. Die Bronze-Medaille für dich. Und der andere ist natürlich der Bernd Behringer, der in ganz Deutschland unter Tischtennis bekannt ist, der die erste Bundesligamannschaft betreut, koordiniert und alles managt. Herzlichen Dank dafür. Auch dir eine Medaille, diesmal die goldene für über 30 Jahre Engagement im TV-HIP und die Medaille. Dann wünsche ich viel Erfolg bei den Spielen, faire Spiele und der beste Möge gewinnen. Ich bin allerdings schon über 40 Jahre dabei, aber das macht ja nichts. Ich könnte das irgendwann einmal zusammenkriegen. Wir rufen auf die Doppelpaarungen. In der Keller- und Halmbach-Box spielen Flemming-Hürmann gegen Abdel-Assisten Stankiewicis. Und in der KBR-Box spielen Reizminister gegen McBass-Banker. Ich wünsche uns viel Vergnügen. Die Ränge füllen sich immer noch mehr. Klatschzeit, gute Stimmung, wie immer in Hüberszeit. Viel Spaß!